Inmitten der Verzweiflung sah sich Elina, mit ihrer Tochter im Arm, dazu gezwungen, einen Job als Putzfrau im Haus eines Millionärs anzunehmen. Die Begegnung, die das Schicksal für sie bereithielt, hatte einen tiefen Zweck, der dazu bestimmt war, ihre Leben auf unerwartete Weise zu verändern. Als der Hausbesitzer etwas auf den Überwachungskameras bemerkte, füllten Tränen der Rührung seine Augen. Nachdem er sich mit der Putzfrau getroffen hatte, traf er eine großzügige Entscheidung und bot ihnen ein geräumiges und komfortables Zuhause an, und öffnete somit Türen für eine Zukunft voller Hoffnung und unzähliger Möglichkeiten. Elina wusste, dass Bildung der Schlüssel war, um den Kreislauf der Armut zu durchbrechen, und sie hatte versucht, verschiedene vom Staat angebotene Chancen zu nutzen, um eine angemessene Ausbildung zu erhalten. Ihre Eltern waren jedoch auf ihre eigene Art verantwortungslos. Ihre Mutter war oft abwesend und konnte weder emotionalen noch finanziellen Beistand leisten. Ihr Vater hingegen war ein Alkoholiker, dessen Prioritäten immer weit weg von familiärer Verantwortung lagen. Elina sah sich oft in ausweglosen Situationen. Sie musste sich um ihre jüngeren Geschwister kümmern, sicherstellen, dass sie etwas zu essen hatten, und trotzdem Zeit finden, um zu arbeiten und zum Familieneinkommen beizutragen. Die Überlastung an Verantwortlichkeiten ließ ihr oft keine Zeit zum Lernen oder Verfolgen ihrer eigenen Träume und Ambitionen. Trotz der Widrigkeiten und Herausforderungen, denen sie gegenüberstand, setzte Elina ihren unermüdlichen Kampf fort, um einen Weg aus dem Kreislauf der Armut zu finden. Ihre Entschlossenheit und Willenskraft waren ihre besten Verbündeten auf der Suche nach einer vielversprechenderen Realität. Sie hatte in ihrem Leben zahlreiche Schlachten geschlagen, aber Ausdauer war eine der Tugenden, die sie in sich trug. Jahre des Kampfes führten sie dazu, verschiedene Jobs auszuprobieren, von Kellnerin in kleinen Cafés bis zu Teilzeitjobs als Putzfrau und Straßenverkäuferin. Eines Tages, während sie in einem kleinen Bekleidungsgeschäft arbeitete, betrat ihr Manager das Geschäft mit einem ernsten Gesichtsausdruck. Sie wusste, dass etwas nicht stimmte. Elina wurde ins Büro gerufen. Dort gab der Manager die Nachricht, die sie fürchtete, bekannt. Sie wurde ohne Vorwarnung, ohne Möglichkeit zur Verteidigung oder Erklärung entlassen. Er erwähnte Kosteneinsparungen im Unternehmen und die Notwendigkeit, das Team zu verkleinern. Sie verließ das Büro mit tränenreichen Augen und einem niedergeschlagenen Gesicht. Der Schock der Entlassung traf sie wie ein Schlag in den Magen. Die Sorgen um die Arbeitslosigkeit und die Unfähigkeit, ihre Familie zu unterstützen, überfluteten sie. Die Frau kehrte an diesem Abend in ihr kleines Haus zurück und trug die schwere Last der Unsicherheit mit sich. Sie wusste, dass sie von vorne anfangen musste, einen neuen Job suchen und sich weiteren Herausforderungen stellen musste. Aber sie war nicht jemand, der leicht aufgab. In ihrem Herzen hielt sie die Flamme der Hoffnung am Leben, genährt von ihrer Entschlossenheit und Liebe zu ihrer Familie. Elinas Leben war voller Kreuzungen und Herausforderungen, aber ihre größte Sorge galt dem Schicksal ihrer Geschwister. Trotz all ihrer Bemühungen, die Familie zusammenzuhalten und sie zu schützen, hatten sie turbulente Wege eingeschlagen und waren zu Menschen geworden, die sich mit gefährlichen Gesellschaften einließen. Sie hatte sie beraten, Liebe und Unterstützung angeboten, aber die Fallstricke des Lebens hatten sie auseinandergetrieben. Elina lebte in einem ständigen Albtraum, jonglierte mit der Jobsuche und wachsender Sorge um ihre Geschwister. Der Regen prasselte gegen die Fenster ihres bescheidenen Hauses, als einer ihrer Brüder mit Tränen in den Augen hereinstürzte und die verheerende Nachricht überbrachte. Anna, ihre jüngere Schwester, die frühzeitig das Zuhause verlassen hatte und sich oft in gefährlichen Situationen befand, hatte einen tödlichen Unfall erlitten. Die Tragödie traf Elina wie ein Blitz und zerschnitt ihr Herz in Stücke. Anna hinterließ ein Baby, Eva. Die anderen Geschwister weigerten sich, die Verantwortung für Eva zu übernehmen, als sie erfuhren, dass das Mädchen weise war. Annas Freund, Evas Vater, war ebenfalls in dem Unfall ums Leben gekommen. Niemand war bereit, sich um das Kind zu kümmern. Inmitten des Schmerzes über den Verlust ihrer Schwester und der Verantwortung, sich um ein kleines Kind zu kümmern, wusste Elina, dass sie keine Wahl hatte. Sie nahm das kleine Eva in ihre Arme, als wäre sie ihre eigene Tochter, trotz aller Widrigkeiten. Während sie Eva im Arm hielt, schwor Elina, sie zu beschützen und das kleine Mädchen mit all ihrer Liebe zu erziehen. Sie war bereit, sich einer weiteren Wendung in ihrer Reise zu stellen, für das kleine Eva und zum Gedenken an Anna. An einem verzweifelten Tag, während sie ihre geliebte Eva im Arm hielt, stieß Elina auf einige Anzeigen in einer örtlichen Zeitung. Reinigungsunternehmen suchten dringend jemanden, um ein Haus in der Gegend zu putzen. Sie schaute zu Eva und spürte die Last der Verantwortung, für sie zu sorgen und eine stabile Zukunft zu gewährleisten. Ohne zu zögern, entschied sie, dass dies ihre Chance sein würde. Elina sah sich eilig daran, alle notwendigen bürokratischen Angelegenheiten zu klären, um die Arbeit aufzunehmen. Sie bemühte sich, die Unterlagen zu organisieren, um sicherzustellen, dass Eva in einer nahegelegenen Schule einen sicheren Platz hatte, während sie arbeitete. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, aber ihre Entschlossenheit trieb sie an, alle Hindernisse zu überwinden. Trotz ihrer tiefen Liebe zu Anna wusste Elina, dass ihre Schwester nicht dieselben Gefühle teilte. Anna hatte sich oft distanziert und Elina alleine mit den Herausforderungen des Lebens gelassen. Die Beziehung zwischen den beiden war komplex, geprägt von Missverständnissen und emotionaler Distanz. Als Anna verstarb, fand sich Elina nicht nur mit der Verantwortung, sich um Eva zu kümmern, sondern auch mit der Sehnsucht nach ihrer Schwester. Inmitten von Annas Habseligkeiten entdeckte sie ein bewegendes Foto. Anna hielt Eva im Arm, mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht. Es war eine Erinnerung an die Liebe, die zwischen ihnen bestand, trotz der Schwierigkeiten und Entscheidungen, die jede in ihrem Leben getroffen hatte. Das Foto wurde zu einem kostbaren Schatz, einer bleibenden Erinnerung an die besondere Verbindung zwischen zwei Schwestern, die, obwohl durch das Schicksal getrennt, durch Liebe und gemeinsame Erinnerungen miteinander verbunden bleiben würden. Elina tauchte mit unerschütterlichem Willen in ihre neue Routine ein. Da sie ihren Job über eine Reinigungsagentur gefunden hatte, hatte sie keine Vorstellung davon, wer der Besitzer des Hauses war, für das sie arbeitete, außer dass es sich um jemanden unglaublich Wohlhabenden handelte, wie die atemberaubende Pracht des Anwesens zeigte. Ihr Tagesablauf war erbarmungslos und verlangte viel von ihr. Der Morgen brachte die tägliche Herausforderung mit sich, früh aufzustehen und sicherzustellen, dass Eva bereit für die Schule war. Mit einem schweren Herzen, vorübergehend von ihrer kleinen Tochter getrennt zu sein, gab Elina liebevolle Küsse auf ihre Stirn, bevor sie durch die Tür ging, das Bild von Evas verschlafenem Lächeln im Herzen. Die Reise setzte sich mit der Fahrt zum Haus ihres wohlhabenden Arbeitgebers fort, wo sie sich unermüdlich der Arbeit widmete und alles daran setzte, sicherzustellen, dass jeder Winkel der Villa erst reilte. Die Erschöpfung war konstant, aber Evas Lächeln war der Treibstoff, der sie antrieb, jede Herausforderung zu überwinden, die das Leben ihr auferlegte. Die Haushälterin würde nichts zulassen, um sie daran zu hindern, Eva die Chancen zu geben, die sie selbst nicht hatte. Elina kannte ihren Chef nicht, wurde aber im Woraus über die Anwesenheit von Kameras im Haus informiert, aufgrund von Sicherheitsbedenken. Dominique, der zurückgezogen lebende ältere Mann, verbrachte einen Großteil seiner Tage fern von seinem imposanten Anwesen und vertraute den Überwachungskameras, um sein Eigentum in seiner Abwesenheit zu überwachen. Die früheren Diebstähle hatten ihn misstrauisch gemacht. Das Haus, obwohl es ein Zeichen von Opulenz war, mangelte an menschlicher Wärme, leer von Zuneigung und bedeutsamen Verbindungen. An einem grauen Nachmittag, während er wie üblich die Kameras überprüfte, erstarrte Dominique vor dem Bildschirm. Seine Augen weiteten sich vor Schock, als er sah, wie Elina, die fleißige Putzfrau, ein Foto aus ihrer Tasche zog. Sein Herz raste, als er das Bild erkannte, das sie hielt, es war das Foto, das seiner verstorbenen Schwester Anna gehört hatte, mit der kleinen Eva im Arm. Die überraschende Enthüllung ließ ihn sprachlos zurück. Dominique spürte eine Welle von Emotionen in sich aufsteigen. Dieses Foto hatte eine tiefe und unerwartete Verbindung wiederbelebt. Ihre Leben waren miteinander verflochten. Ohne zu zögern, verließ Dominique sein Büro und eilte nach Hause. Seine Schritte waren hastig und voller Dringlichkeit, angetrieben von einem plötzlichen Verlangen, die Verbindung zwischen diesem Foto und der Putzfrau zu verstehen. Dominique, keuchend und aufgeregt, erreichte den imposanten Eingang seines Hauses. Er konnte die Aufregung und Unruhe kaum unterdrücken, die ihn ergriffen hatte. Er betrat schnell das Wohnzimmer und fand Elina vor, die immer noch mit ihren Reinigungsarbeiten beschäftigt war. Ihre Blicke trafen sich sofort. Mit zittriger Stimme brach Dominique das angespannte Schweigen. Hallo, ich bin Dominique. Ich habe gesehen, wie du ein Foto angesehen hast. Wo hast du es gefunden? Elina, überrascht von der plötzlichen Unterbrechung, sah ihn neugierig und vorsichtig an. Sie erklärte, dass das Foto eine kostbare Erinnerung an ihre verstorbene Schwester und ihre Tochter Eva war. Dominique reichte dann ein Foto, das identisch mit dem war, das sie bei sich aufbewahrte. Mit Tränen in den Augen sagte er, ich bin Evas Großvater. Und eine überraschende Enthüllung geschah. Jean, Dominiques Sohn, war mit Anna zusammen und der Vater von Eva. Allerdings war Jean ein rebellischer junger Mann, der sich weigerte, das Familienunternehmen zu übernehmen. Sein Leben war von selbstzerstörerischem Verhalten geprägt, mit Drogenmissbrauch und einem unregelmäßigen Lebensstil, ohne eine stabile Arbeit, um seine Familie zu unterstützen. Die stürmische Beziehung zwischen Jean und Dominique führte zu einer Entfremdung, die es Dominique unmöglich machte, eine bedeutende Verbindung zu seiner Enkelin Eva herzustellen. Mit Tränen in den Augen teilte Dominique Elina die tragische Abfolge von Ereignissen mit, in die Jean verwickelt war. Nach einem heftigen Streit zwischen Vater und Sohn hatte Jean zusammen mit Anna einen tödlichen Unfall, bei dem beide unersetzlich verloren gingen. Dominiques gebrochenes Herz trob immer noch die Last der ungelösten Meinungsverschiedenheiten. Dominique erklärte, dass er Jean an dem Tag des Streits zumindest gebeten hatte, ein Foto von Anna und Eva bei sich zu lassen, in der Hoffnung, dass dies ihm ermöglichen würde, eine Verbindung zu seiner Enkelin aufrecht zu erhalten, selbst wenn sie weit voneinander entfernt waren. An diesem Tag hatte Dominique keine Ahnung, wo Eva war, daher konnte er sie nicht wiederfinden. Er dachte sogar, dass sie zur Adoption gegangen war, und fand sie nicht in den Betreuungseinrichtungen. Elina, schockiert und gerührt, erkannte die Komplexität der Geschichte. Die Enthüllung, dass Eva einen Großvater hatte, begann den Weg für ein neues Kapitel der Hoffnung und Versöhnung zu ebnen. Sie erklärte liebevoll, dass sie Eva rechtlich adoptiert hatte, sie zu ihrer Tochter gemacht hatte, und dass sie mehr als bereit war, die Türen ihres Lebens zu öffnen, damit Dominique die Rolle des Großvaters spielen konnte, nach der er sich immer gesehnt hatte. Allerdings erwartete sie nicht die Welle der Emotionen, die Dominique überkam, als er erkannte, was das für ihn bedeutete. Tränen sammelten sich in den Augen des Großvaters und überfluteten ihn mit der Aussicht auf eine lange ersehnte Verbindung. Er sah die Möglichkeit, Eva kennenzulernen, eine ständige Präsenz in ihrem Leben zu sein und die Liebe und Weisheit zu teilen, die nur ein Großvater bieten konnte. Als Dominique schließlich Eva traf, füllte sich sein Herz mit einer tiefen und unbeschreiblichen Zärtlichkeit. Er sah in den Augen des Mädchens die Essenz seines eigenen Sohnes, Jean, und fühlte eine komplexe Mischung aus Liebe und Trauer, die seine Seele durchflutete. Als er die Bescheidenheit erkannte, in der Elina und Eva lebten, begann eine unerschütterliche Entschlossenheit in ihm zu wachsen. Beeindruckt von der Tapferkeit und Hingabe der Tante, ihre Nichte trotz der Schwierigkeiten zu adoptieren, empfand Dominique eine erneute Bewunderung für die starke und widerstandsfähige Frau, die sie war. Die Großzügigkeit ihrer Geste und die Selbstlosigkeit, die sie in jedem Aspekt ihres Lebens zeigte, rührten ihn zutiefst. Entschlossen, ihren Lebensweg zu verändern, traf Dominique eine kühne Entscheidung. Er schenkte Elina und Eva ein großes und komfortables Zuhause, ein Zuhause, das nicht nur seine Zuneigung widerspiegelte, sondern auch seinen Entschluss, ihnen eine würdige und erfolgreiche Zukunft zu bieten. Mit dem neuen Haus kamen erneuerte Möglichkeiten, das Versprechen von Sicherheit und Stabilität, die sie so sehr verdienten. Elina und Eva schauten erstaunt um sich, mit glänzenden Augen voller Dankbarkeit und Überraschung. Dominiques Großzügigkeit war mehr als ein materieller Segen, sie war ein Symbol der Hoffnung und ein Neuanfang. Ein Gefühl tiefer Dankbarkeit erfüllte die Luft und festigte die besondere Bindung, die zwischen ihnen geknüpft wurde. Dominique wusste, dass ihre Leben von diesem Moment an dazu bestimmt waren, in einer Reise der Liebe, Erlösung und dauerhaften Glückseligkeit miteinander verwoben zu sein. Mit der Liebe als ihrem Führer und dem Versprechen eines vielversprechenden morgigen Tages machten sich Elina, Eva und Dominique bereit, die Herausforderungen und Freuden, die auf sie warteten, gemeinsam als eine Familie zu umarmen, die durch Zuneigung, Ausdauer und die Schönheit des geteilten Lebens vereint war. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, erwägen Sie bitte, ein Like zu hinterlassen und sich das nächste Video anzusehen, das gerade auf Ihrem Bildschirm erscheint. Sind Sie noch nicht abonniert? Abonnieren Sie jetzt, um keine weiteren Videos zu verpassen und helfen Sie uns, noch weiter zu wachsen.